Wir sitzen hier heute bei mir zu Hause an meinem Küchentisch. Ein schöner alter Tisch, der ganz viele Geschichten erzählen kann. Hier haben schon viele Kunden mit mir gesessen und wir haben über Immobilien gesprochen, über Veränderungen, über neue Suchen. Und auf die Idee gekommen, mich selbstständig zu machen, bin ich eigentlich dadurch, dass die damaligen Vertriebsfirmen alle Verkäufer immer auf selbständiger Basis hatten. Also fleißig war ich im Grunde genommen schon immer. Und so kam es, damals war man ja mit Marketing nicht so weit verwandert. Ich habe auch damals schon grafisch noch ganz einfach ein WIRT-Programm für Freunde, Karten entworfen und kleine Prospektchen immer so gemacht und habe gerne dekoriert und war ein guter Verkäufer, eben halt das Kantenwiele von mir. Und so kam es, dass einige Kunden gesagt haben, ja dann verkauf doch mal mein Haus. Dann hatte ich die Idee, dass ja das Wichtigste in jedem Geschäft eigentlich die Person ist und habe dann ganz früh angefangen, einfach im Wochenblatt mal ein Bild von mir zu zeigen und zu sagen, also ich bewerte ihre Immobilie und ich verkaufe sie. Damals war das überhaupt gar nicht trendy, dass Makler sich da mit Bildern präsentierten, weil das fanden alle, oh Gott, da zeigt man eine Hamburg Skyline und hin und her. Und dann habe ich so gedacht, ich bin ja aber nicht Hamburg Skyline, sondern ich bin ja derjenige, der für sie arbeitet. Ja und so, heute macht jeder sein Bildchen, heute gehört es zum guten Ton, jeder Vertriebler wirkt mit seinem Namen. 30 Jahre lang jetzt hier im Landkreis und ich denke, dass auch grundsätzlich Menschen, die im Dienstleistungsbereich arbeiten, die die eigene Person, die größte Werbung ist. Letztendlich in allen Bereichen des Vertriebs ist das Bauchgefühl füreinander das Entscheidende. Jemand, der so lange im Geschäft ist wie ich, muss professionell sein, hochprofessionell. Wenn man sich über so einen langen Zeitraum gegenüber den Großbetrieben absetzen möchte, dann muss man einfach, was alle Marketinginstrumente betrifft, gut aufgestellt sein. Man muss gute Mitarbeiter haben. Das ist erst mal vorausgesetzt, dass das Klavier der Makelei auch wirklich bedient wird. Und dann ist es glaube ich, wie sagt man so schön, Nasengeschäft. Trifft derjenige wirklich meine Bedürfnisse, wird er sich dafür einsetzen? Glaubt, bei vielen Kunden ist es so, die wissen, dass ich sehr ehrgeizig bin, dass ich gerne das erreiche, was ich hinzu sage, dass das so für mich persönlich wichtig ist. Und ich glaube, das ist der entscheidende Grund, dass sie sagen, Mensch, ich kann ihr das in die Hände geben, ich kann ihr das anvertrauen. Das wird sich schon gut machen. Ja, dann ganz wichtig bei einem Betrieb, so einem kleinen Betrieb, wir sind absolut personifiziert, personifizierte Dienstleistung. Und da ist die Latte natürlich hoch, um sich auch deutlich abzusetzen von irgendwelchen Großbetrieben. Und genau so ist es mit den Mitarbeitern. Das geht nicht, nur im reinen Angestelltenverhältnis. Das greift eigentlich darüber hinaus. Sie müssen den ähnlichen Typus haben, sie müssen den ähnlichen Charakter haben und den ähnlichen Fleiß. Ja, da habe ich Glück. Da habe ich alles gefunden. Ja, Privat und Geschäft ist gar nicht zu trennen. Geht völlig ineinander über. Wir haben ja auch hier im Haus immer noch ein Büro. Wir haben eine ganze Zeit lang ganz hier gearbeitet, jetzt ein Winsen im Fleiß steht, Winsener Landstraße im Fleiß steht. Lässt sich nicht voneinander abkoppeln. Gehört eigentlich zusammen. Ja, also ich spiele leider kein Golf, aber ich habe sechs Hunde. Ja, also kleine Havaneser, wie sage ich sie mit Spenge auf dem Kopf. Ja, Havaneser züchte ich unter anderem auch jetzt seit fast 15 Jahren. Das ist so nebenbei mein Hobby. Ja, doch, ich habe noch Ziele. Ich möchte wirklich mit meinem Team, dass wir uns weiterentwickeln, auch mit den jungen Partnern, die dabei sind. Und dass der lokale Makler, so wie wir dieses Geschäft betreiben, auch weiterhin erhalten bleibt, weil ich glaube, dass Betriebe, die so klein und kompakt aufgestellt sind, die müssen unheimlich gut sein. Ich habe noch lange hier im Landkreis viele, viele Leute glücklich machen mit neuen Häusern und Wohnungen. und ich hoffe, dass wir uns weiterentwickeln. Hey! 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 Untertitelung des ZDF, 2020